Hallo zusammen, nachdem ich vor wenigen Tagen den Style Greiner Blech 4 Viertel von Sound Wonderland ausprobiert hatte, habe ich natürlich Blut geleckt und mir auch den Dreiviertel-Takt-Style besorgt. Inzwischen hatte mich dann Charlie angerufen, das ist der Partner von Hydron Dolde. Charlie hat übrigens diese Styles programmiert und seitdem weiß ich auch, warum Hydron die grauen Haare bekommen hat, weil Charlie wahrscheinlich nächtelang nur am Programmieren war, daher die grauen Haare. Also zurück zum Dreiviertel-Style. Er hat natürlich gesagt, bei meiner ersten Demonstration hätte ich die schönsten Spuren des Styles stumm geschaltet. Stimmt, weil ich ja mit der linken Hand Einwürfe spiele. Und er hat mir den Tipp gegeben, spiel doch mal ohne deine linke Hand nur den Style. Charlie mache ich natürlich gerne. Ich habe auch mit dem Dreiviertel-Takt-Style meinen Spaß und meine Freude. Hier eine Hörprobe, die rauschenden Birken und tief im Böhmerwald. Ich habe auch mit dem Dreiviertel-Takt-Style meinen Spaß gemacht. Ich habe auch mit dem Dreiviertel-Takt-Style meinen Spaß gemacht. Ich habe auch mit dem Dreiviertel-Takt-Style meinen Spaß gemacht. Ich habe auch mit dem Dreiviertel-Takt und klor Pr동szten, Böpp, derARA von EXP-T var. Ich hab mich aber mit dem Dreiviertel-Takt-Style denlearningen sagen. Ich habe einen Dreiviertel-Takt-Style learning, 5.0 rum. Ich habe auch mit dem Dreiviertel-Takt wie lange Harroz. ich kann das Ganze nicht condemn. Ich habe auch mit dem Dreiviertel-Takt-Style meinen Spaß nicht gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020